Hallo, mein Name ist Susanne Reuter, ich bin Science-Trainerin. Heute geht es um das Thema Erde dich, jetzt mehr denn je. Ja, was heißt eigentlich sich erden? Das heißt, dass wir den Körper mitnehmen, dass wir im Körper ankommen, den Körper spüren. Denn der Körper, der macht gerade ganz viel Arbeit. Gerade wenn man energetisch arbeitet, ist es umso wichtiger, sich zu erden. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr durch transformatorische Prozesse durchgeht, dass schon mal Übelkeit aufsteigt, der Körper irgendwie mit Hitze oder Kälte reagiert oder mit einem leichten Zittern. Irgendwo tauchen Schmerzen auf, die dann aber auch immer wieder abflauen, bis es dann alles gut ist und sich so ein neuer Frieden einstellt und so ein Zustand von einer noch größeren Durchlässigkeit. Da wollen wir hin. Und das alleine zeigt schon, wie viel der Körper gerade arbeitet, wie viel der Verstoff wechselt. So, jetzt gibt es die Möglichkeit, sich über Sport zu erden, bestimmte Nahrung hilft. Ich persönlich bin absoluter Fan von kaltem Wasser. Ich dusche nur noch kalt. Ich gehe im Winter in lebendigen Gewässern schwimmen. Aber das ist nicht für jeden was. Was wir jetzt machen, ist eine angeleitete Meditation. Und zwar danken wir dem Körper mal. Ja, der Körper ist auch ein Wesen, der hört, die Zellen hören uns zu, egal was wir sagen. Und der reagiert darauf. Und ich bitte dich jetzt mal hinzuspüren, wie reagiert dein Körper, wenn wir ihm wirklich mal Dankbarkeit zollen. Um das jetzt zu machen, setz dich bequem hin oder mach's dir bequem, auf welche Weise auch immer. Nimm dir was zu trinken dazu und entspann dich. Los geht's. Beobachte mal deinen Atem. Verbinde dich aus dem Steiß mit dem Erdkern, wenn du magst. Und öffne dich. Ich bin Öffnung. Ich bin Durchlässigkeit. Ich bin Hingabe an meine Seele. Und spür einfach mal, wie sich der Körper jetzt in diesem Moment anfühlt. Wo ist welcher Spannungszustand? Wo ist er warm? Wo ist er vielleicht nicht so warm? Wo sind vielleicht auch kleine Zipperlein zu spüren? Nimm einfach alles wahr und bleib im Atem und in der Öffnung. Alles ist gut, so wie es ist. Danke, Körper, dass du jetzt hier bist. Danke, Körper, dass du so schön für mich funktionierst und alles tust und machst, um mich am Leben zu halten. Danke, Füße. Ich liebe euch für das, was ihr für mich tut. Danke, Beine. Danke, Becken. Du bist wunderschön. Danke, dass es dich gibt. Danke alle Ihr Organe, die Ihr so wunderschön, so gut, gute Arbeit macht. Danke, dass Ihr mich am Leben haltet. Danke, Bauch, danke, Rücken, Lunge, Brust, danke, Schultern, danke, Arme und Hände. Danke, dass ich mit Euch Sachen anfassen kann. Danke all meinen Sinnen, dass ich die Welt sehen, hören, riechen und schmecken kann. Danke, dass ich alles durch meinen Körper, durch Dich, Körper, erfahren kann, mich als lebendig erfahren kann in jedem Moment. Danke all Ihr Zellen. Ihr seid so schön, so hochschwingend, so rein, so klar. Danke, Körper, dass ich an Dir heilen darf, in Dir. Danke, dass Du mein Raum für Heilung bist. Danke, Haare, Haut und alles, alles, was da noch ist. Danke, Dir, Euch. Ich bin freifließender Atem, nochmal. Ich bin der Raum, in dem sich alles als lebendig erfährt. Ich bin der Raum, in dem auch Du Körper Dich als lebendig erfährst. Danke, Leben und Lebendigkeit. Ich bin der Raum, in dem auch du hast Du bist, in dem auch du bist. Als wie lebendig kann ich mich jetzt gerade wahrnehmen. Danke Erde, dass ich an dir heilen darf, in meinem Körper, in dir Körper. Gemeinsam schaffen wir das, leicht und gut durch die Zeit zu kommen. Wir sorgen füreinander. Danke. Spüre jetzt mal, wie sich dein Körper anfühlt. Nimm ihn noch mal wahr. Hat er reagiert? Danke ist ein Zauberwort. Selbst wenn du körperliche Schmerzen hast, kannst du ihn danken. Du kannst diese Meditation dir immer wieder anschauen und dich inspirieren lassen, es selber für dich zu tun, wann immer du eine Pause hast oder auch parallel zu anderen Dingen innerlich. Das muss nicht immer ausgesprochen sein, es reicht es zu denken. Mein Name ist Susanne Reuter. Ich bin Science-Trainerin. Und die Kontaktdaten findest du in der Videobeschreibung, wenn du auf mehr klickst. Ja, ich danke dir ganz herzlich, dass du mitgemacht hast. Ich danke dir für deinen Beitrag. Tschüss. Ich danke dir. 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 Ich danke dir.